Hallo Leute, herzlich willkommen auf LeBerdi und zwar zu einem Vlog, mein erster. Ich spreche nicht live, wie ihr seht. Dieses Video ist bei euch nicht zu sehen. Ihr seht es dort, 25 Jahre, da habe ich es hochgeladen, privat. Aber ihr werdet es dort nicht gesehen haben. So, und zwar war ich da im Schmetterlingshaus in Lutherstadt, Wittenberg und mit dem Zug 30 Minuten von meiner Stadt entfernt. Jetzt beginnt das schon wieder, was ich die ganze Zeit behoben haben sollte. Moment. Warten Sie kurz. So, einmal zurück. Wie lange soll ich denn jetzt noch zurückspulen? Ernsthaft? Ich habe mir extra eine ungünstige Stelle ausgesucht, ne? Warte. Ah ja, ja. Bitte. Tu es für mich. Ich mache einen Cut. So, weiter geht es. Also nochmal, es ist ein sehr verwackeltes Bild. Da sitzt ein Schmetterling. Da. Da kommt gleich noch einer angeflogen. Das ist eine Aufwachs-Protation. Da sind da schon ein paar Schmetterlinge rausgekommen, aber die dürfen nicht raus. So. Das ist eine Brücke, wo ich nachher noch vorbeikommen werde. Das ist nur eine Blüte. Das sind überall ganz kleine Schmetterlinge, die ich selber fast gar nicht erkannt hätte. Da ist noch ein Schmetterlinge. So. Da waren auch wieder ganz viele kleine. Und hier waren kleine Monkeys. Oder keine Ahnung, was das sind. Konnte ich nicht entschlüsseln. Ich versuche mich gerade selber daran zu erinnern, wo ich jetzt bin. Da war so ein Fluss, beziehungsweise Mini-See. Mit so, da, Goldfischen. Da liegt ein toter Schmetterling. So, da ist eine Bank zum Hinsetzen. Da liegt noch mein toter Schmetterling. So, da ist noch ein Orangen-Schmetterling. So. So. Hier war so ein ganz ekliger Tunnel. Der war richtig nass und ekelhaft. Und da bin ich wieder am Anfang. Da. So. Und zum Schluss nochmal. Was wollte ich sagen? Schmetterlinge können sich nicht ernähren. Das heißt, desto mehr eine Raupe frisst, wenn sie noch Raupe isst, desto länger kann er später natürlich auch das Schmetterling nehmen. Denn desto mehr Nahrung hat er. Das war's von meinem ersten Vlog wahrscheinlich ziemlich langweilig. Wenn ihr wollt, dass ich mehr von das mache. Ich bin ja bald im Urlaub. Aber erst ganz bald. Okay. So bald ist er auch nicht mehr. Aber vielleicht mache ich da auch noch eins, zwei. Wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt. Mache ich Videos und benutze sie für mich. Das war's von meinem Video. Ciao, Leute.